Herr Simon, also Ihre Show letzten Freitag war so unglaublich toll. Meine Leute haben überall herum erzählt, wie toll denn Ihr Chef ist und was er sich hat einfallen lassen für seine Mitarbeiter. Raus aus dem Alltag und rein ins Lachen und Staunen. Erleben Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern eine faszinierende Show. Daher also meine klare Weiterempfehlung für Tim und seine Zaubershow. Jeder Teilnehmer sitzt in der ersten Reihe und ist ganz nah am Geschehen dran. Dichter geht's wirklich nicht. Die Magie passiert sogar direkt in den Händen der Mitarbeiter und das alles digital über den Bildschirm aus dem Homeoffice. Jawohl! Hey Tim, meine Mitarbeiter und vor allem auch meine Kunden waren mega begeistert von der Show. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Wir hören uns. Acht Punkte. Sie sitzen in Reihe 1 und können dank modernster Videotechnik hautnah dabei sein. Es fühlt sich an wie live. Wahnsinn. Belohnen Sie Ihre Mitarbeiter. Wirklich klasse. Du bist halt ein geiler Typ. Also unfassbar gut. Es war mir eine Riesenfreude, da mal dabei zu sein. Also deswegen wirklich vielen, vielen Dank. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses Beratungsgespräch. Wie geht das? Ja, gute Frage. Jetzt könnte man natürlich auch.